Die Grundstammlegungsfeier für den Erweiterungsbau von St. Wolfgang fand heute am 2. Juli wie geplant statt. Herzlich begrüßt wurden nicht nur die Kinder, sondern auch die Gäste, die zu der Kleinfeier gekommen waren. Bei den Oberbürgermeister, bei den stellvertretenden Landraten, bitte Sie nach vorne, mit uns, die Sie uns alle mit dir, machen wir stellvertretend ein Foto. In der Stadtbüscherei haben die beste Erfahrung, also da werden Sie heute bestens bewirken.